1 let's go und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ne warte mal, hä? Okay, es war nur der Timer vom Timer und es geht los zu Rocket League, ne Rocket Racing heißt es glaube ich, ähm, das Spiel ist momentan so ein bisschen was im Hype, äh, ist von Fortnite in den Browser, oh, Alter, man kann ja richtig hart driften, Junge, was passiert hier, waren seine Hindernissen, okay, okay, man kann springen, man kann fliegen, Okay, what the fuck, was passiert hier? Boost. Ich glaube, das ist so eine Art Tutorial gerade, eins von drei Runden. Jo, da steht einfach ein AFK. Was ist denn da los? Boah, ja, nun wohl, okay, jetzt hier, dann vorbei. Jo, Alter, wie schnell ist der denn? Ja, scheinbar sind da wohl ein paar Leute, kann er ne Decke fahren? Was ist das für ein Profi? Äh, wie viel sind da hin, oder? Scheinbar. Boah, ich bin so krass nervös. Wieso kann er in den Decke fahren? Ach, lol, zugedacht. Oh, Alter. Warum sind die so ehlellig schnell? Das ist doch brutal. Halt, wie verpasst. Was ist das denn? Boah, Alter, wie zieht der denn hin? Easy einfach an der Decke langfahren, ja? Genix den Lappen. Oh, ich weiße, die sind da alle schneller als ich. Boah, easy blockiert. Ich hab so ein mieses Gefühl, dass ich nie besser werde. Jo, als ob ich jetzt noch überholt worden bin. Sechster Platz wollte ich mich ja nicht verarschen. Das ist mies, aber das wird besser. Vielleicht schaffen wir es ja noch, zumindest in den Top 3 zu kommen. Das ist auf jeden Fall ein krasses Rennen gerade. Cash-Oni hat bestimmt richtig rein gecached. So, neue Map, neues Glück. Rocket Racing. Wir befinden uns auf der Map Flugreise. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Kann man irgendwie vorboosten? Okay, die haben ja so krasse Karren schon. Und, let's go! Alter, wir haben Boost. Okay, das geht tatsächlich. Alter, wir haben übel reingeboostet. Kann man driften? Wahrscheinlich, ne? So wie der Typ hier die ganze Zeit versucht. Alter! Wie shit der denn, der Typ? Okay. Jetzt. Beute, sind die schnell. Oh, Alter, das war close. Aber easy. Oh, leu. Wo fahren wir denn hier lang? Okay, man kann wohl auch in der Luft steuern. Okay, man kann aber mehrfach Boost betätigen. Oh, leu. Wo spielt der denn lang? Was ist denn für ein Lacker? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, oben rumzufahren, aber scheinbar sind wir nicht verkehrt dabei. Und ich bin wie immer Dritter und wird jetzt nach hinten gereicht. Ich sage es euch. Oh, fuck. Alter, das war close. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, weil ich hier drifte, weil ich dann halt ultra viel Geschwindigkeit verliere. Und Schatten, komm schon mal. Ich denke, da hat der Eiskalt weggezockt. Alter, wo bin ich denn hier geflogen? Aber egal, zweiter Platz. Let's go. Einfach vom Arsch der Welt geflogen. Zack. Nächstes Rennen. Das war mega dumm. Ich bin einfach straight in irgendeine Ecke geflogen. Egal, ja. Wie ist denn zweiter geworden? Das ist eine gute Steigerung von, ich glaube, Platz 5 auf 2. Jetzt kann es nur scheiße werden. Sagen wir mal, wie ist das? Oh, der letzte hat 2 Minuten Zwift gebaut. Wird 2 Minuten 4 oder was war das? So, auf geht's in den Olymp. Ich bin gespannt und wir nehmen uns den 91%igen Boost mit. Alter, das war richtig gut. Das ist vor einem Experten-Map. Und ich, oh, loi. Ach ja, ich dachte schon. Und ich spiele das Spiel jetzt gefühlt seit 10 Minuten. Also, wir sehen uns schon als Experte. Oh, loi. Ich muss ja fliegen. Nein! Okay. I get it. I get it nicht. Was ist das denn jetzt? Manche rüberspringen? Alter. Okay, okay, easy. Gar kein Problem, würde ich mal gerade sagen. Die sind noch off Kurs. Oh, loi. Oh, fuck. Hatte ich nicht mehr jede Wand mit gerade. Oh, loi. Ich würde das richtig geil driften. Oh, mein Gott. Was ist das denn? What the fuck? Einfach. Wo ist das? Was ist hier passiert? Oh, loi. Man muss hier links an die Seite fahren. Okay. Komm, mach mal Abgang, Junge. Kannst nix. Geh weg. So, zweite Runde. Dann diesmal wissen wir jetzt, wie es geht. Alter. Fast. Ich hab den Boost nicht bekommen. Das war schon mal möglich. Oh, jetzt aber. Und noch mal ein Double-Ton-Boost. Nicht runterfallen. Danke. Alter, wie hat der denn abge... Der ist krass dabei, der Typ. Der ist gerade rückwärts gefühlt gefahren. Und wir sind immer noch schneller als wir. Komm, nur noch ein bisschen. Dann hab ich meinen Boost. Alter, hinten kommt schon einer angerannt. Einer angefahren. Angerannt. Das auch. Alter. Okay, haben wir ihn gekriegt. Ja, kein Problem. So, und hier rein. Und mein Boost. Letzte Runde. Let's go. Okay, das war schlecht. So, schön mittig. Das nehmen wir mit. Oh Gott, Alter. Manchmal ist das echt tricky. Ich glaube, da ist gerade einer voll an mir vorbeigebredet. Na komm. Wir sind, wir sind dritter. Oh, ich darf nicht zu viel erwarten. Da kommt die Wand. Typ. Nein, da kommt jemand. Zieh, Junge, zieh. Der will halt uns vorbei. Aber nix da. Boost. Oh Gott, Alter. Alter, noch gerade so gerettet. Ich verkack das noch auf den letzten 100 Metern. Oh, der ist direkt hinter mir, oder? Warte. Huh. Dritter. Ja. Auf einer Experten-Map. Ich will lampen. Da kommt nix. Ja, zack. Vier Sekunden oder fünf Sekunden hinter dem ersten. Na gut, fast dabei. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe das erste Mal diese Map gezockt. Das Spiel macht laune. Auch wenn es manchmal ein bisschen was tricky ist, habe ich das Gefühl, dass es leckt noch ein bisschen was. Kann aber auch mal in einer Leitung liegen. Und ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und schreibt es gerne in den Kommentaren, ob ihr es auch zockt. Das Ganze gibt es im Fortnite-Launcher kostenlos zu bekommen. Ist jetzt ein netter Kart-Racer, muss man einfach mal sagen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Hallo rein. Ciao.